Oh, ich geh auch mit Larry. Geht schon los? Was für a-pranker? I a-pranker-supreme! Dark Souls, sag ruhig noch mal ein paar Worte. Ähm, ja, äh... Ja, warte, bin ich jetzt mit Crab-e-bäh? Oder mit N-e-de-de-de auf Mitte? Hup! Ich hab Diffuser-bar. Oh, Larry! Hast du geklärt, hä? Ne. Ah, man. Oh, shit, Alter, Larry, wie viele sind da? Nice! Larry! Sweete Geschichte, Barry! Ach so, 77. Alter, was nehm ich hier eigentlich gerade auf? Ich duckele mit der Stream-Einstellung, fuck. Ist egal, ich hab's jetzt eben gewechselt. Hallo, Kredl, wie geht's dir? Hallo, Kredl. Larry, das geht an Adrian, ja. Oh, da ist noch einer, A-main. Mach noch mal. Nice! Ja! Deine Meinung zum neuen Kaufsystem? Äh, behindert? Nicht mal einer, der uns zustimmt. Ich würde sagen, alles ist behindert. Warte, jetzt mal ganz kurz, Adrian, schneid das Video, ja? Adrian, hier bitte dieses Knossi-Kotzen einfügen bei dem neuen Kaufsystem. Deine Meinung zum neuen Kaufsystem? Ey, ist bitte was? Komm zu dir, Darky, ich bin da. Jungs, bitte Speck-Report, bekommst Items. Warum seid ihr so? Warum schmeißt ihr den Squad-Tank? Mach, 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 jetzt so. Oh mein Gott. Larry, kommst du bitte? Und hat wohl gleich einer CT? Hat er mich schon gehört? Er wird mich schon gehört haben. Er, die liegt immer noch da. Nice! Noch einer? Noch einer? Later! Larry, der alte Klauer. Ich geh auch weh, um weitere Kills zu klauen. Yo, A ist komplett clear, Larry. Ich hasse dich, Christ. Warte, was für ein... Hä? Ich rotier immer. Larry, guck... Nee, 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 nee. Die Tür ist auf. Kommst du dazu, Larry? Ja, ich flasche einmal rüber, schau am besten weg. Jo, mach ich. Nice, Larry. Au. Kann man bitte einen jetzt zu mir kommen? Oh, wer kommt raus? Hilfe! Ja, Larry verdient! Scheiße! Later, Larry, mach langsam. Und ist er wieder auf K. Ach, dieser Larry, ne? Weil er wieder Weiber klärt. Das ist so krass. Nichts mal ist es nicht. Das ist schon durch. Larry, die sind nochmal richtig Kills. Larry, okay? Mein Kills zu steal. Den hole ich mir, Jan. Nein, meiner. Ach, komm schon! Achtung, ne Day kriegst du dir, Jan? Er ist mit so. Larry, alter Pissar, hey! Na, 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 hey! So, jetzt sagen wir mal ernst, Larry. Ich brauche die Runde mindestens sechs Kills. Komm schon. Ne, ich meine, ein Kill ist besser als kein Kill. Ja, gut, da hast du recht, da hast du recht. Ich hab den jetzt mal damit zufrieden. Da hast du recht. Kann jetzt echt nur einer raus und du killst ihn? Guck mal, Highway, den holst du. Larry, ich lasse dir den erstmal schön in den Nacken schießen, okay? Ja, B-Bombe. Oh, Jan, mach doch jetzt ein paar Leute weg. Ah ja! Weißt du, es ist überhaupt niemand da. Ich kann eigentlich am Spawn stehen bleiben. Warte, brauchst du Kills für eine Mission? Äh, ne, ne, ich hab alles. Also, mir ist eigentlich, ist ja Wursch. Larry ist ja, ich hab eh nur HP. Die rennen eh wieder zurück, bestimmt. Ja, die Gegner sind da, wo Larry ist also auf B wahrscheinlich. Ist es irgendwie, ist es B oder warum schiebt ihr alle so rum? Einer raus, ist weg. Da ist Larry nicht da und ich kann mir schnell mal einen snacken. Er steht da halt. Er fäßt 30 mal in Mitte. Warum ist er geistlich behindert? Guck mal, Larry. Er guckt mal, Larry. Oh, oh. Ducky, es ist Diesel. Was macht ihr für eine Scheiße? Hallo. Er wollte mich erst tasern, war das zu inkompetent für und dann hat er in den Kopf geschossen. Was macht ihr denn mit der Bombe? Der ist in Sandbags mit AWP. Go, 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 go. So, na also. Willst du eine AWP haben? Ey, du fließt jetzt mal einen Favoriten. Oh, 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 oh. Und du hast sogar den Favoriten drin, krass. Erstmal hier den Favoriten drin. Ich bin nicht mehr auf deiner FL. Alter. Er sagt zu mir, nee, kommst du mir auf meine Favoriten, ja. Denkst du bist nicht würdig genug mit deinem Top-Tracker befreundet? Kinder, Kinder, Kinder. 10-0. Was passiert heute eigentlich? Der Top-Fragger hat keinen Impact ins Game. Der Top-Fragger hat keinen Impact ins Game. Ja, Larry hat die Impact ins Game. Der holt sich immer die letzten Kills. Gut, da kann ich vielleicht auch zustimmen. Larry, bitte. Ah, Larry. Ich meine, Larry spielt ziemlich gut. Larry, Achtung. Alter, Larry, wenn sie jetzt von hinten kommen. Na ja, ich sehe doch deinen... Oh, mein Gott. Blu-Dor, Blu-Dor, Blu-Dor. Ich muss den Husten aber dafür ehren. Na ja, klar, Larry. Blu-Dor. Ich sehe nicht, du Blu-Dor. Ich werde einen richtig krassen Blu-Dor-Nate-Bananen-Split machen. So, Larry hat genug Geld. Ja, das passiert gar nichts. Wobei, mittlerweile habe ich ja mal ein paar Gegner gesehen. Ja, Larry? Da ist so ein Sticker auf der Brust. Man kann... Ich habe das Alter nicht gerafft. Man kann sich irgendwas aufnähen. Ja, das ist so eine Patch. Ist das komplett kostenlos, oder was? Nein, das ist 1,550. Investieren, dann ist es wie in der Kiste, die du aufnähen musst. 3 Mark kostet das. 3 Mark? Alter, für 3 Mark hat man früher eine Nutz... Komm, ich esse mal so ein bisschen Kuchen jetzt, oder? Achso, sind beide da? Ich sagte, ich gehe in Main. Mmh, Alter, wie lecker. Auch zu fressen. Mit dem Klaus. Barry! Alter. Den vor Main, den hat man schon gehört, als er vom B losgelaufen ist. Was reißt du? Ähm... Darky? Okay. Wow. Ja, der steht halt Whitebox closed und eben da Mitte ab. Alter, Geist, ich bin so spassig. Ja, eben closed. Der ist durchgerannt, links. Mitte! Right side, Larry! Ich guck, ich guck, ich guck. Highway. Dass du es gesagt hast. Jan. Bitte, Jan, Lee. Jan, my man. Larry, my bear. Oh, Main. Achtung, die kassieren. Ich töte sie nicht. Ich will einen. Den anderen machst du, okay? Okay, dann. Ich verstecke die einfach. Oh, der ist Mitte. Larry, den musst du dir holen. Ich flash dich raus. Ich flash dich raus, Larry. Hol den dir. Ist der Chair? Der Chair. Ich schwör, immer wenn ich mit Larry oder so spiele, ich bin direkt dir motiviert. Dann mal kurz, äh, Argenflash. Weil wir so einfach gewinnen, oder warum? Mann, ey, ey! Was blockst du die ganze Zeit? Okay, Vorwürfe. Was macht Orange da? Es ist klar und deutlich B. Und er wartet Mitte, den Low. Ich weiß das auch. Oh, Mitte ist auch einer, Larry. Ja, deswegen hab ich da gewartet. Ey, Darky, Mitte ist einer raus, übrigens. Zählt die anderen, zählt ihn durch. Oh! Das ist ein Opa-Shit. Verdass ihn jetzt, Christ. Oh, fuck! Oh! Oh! Baby, ein Triple! Unterdessen greift sich Neondarky in den Schritt und macht, äh... Bitte mach ich doch tot, Larry! Kumpel! Wenn er nicht fäten kann, dann trifft er nicht! Larry war ein Scherz. Wow! Das sind zwei am K. Alter, jetzt verlieren wir 16, 13. Ich hoffe, seine Ärmel werden nach schon Hände waschen. Oh, das ist jetzt zwei Connector, Alter. Komm, nee. Wird Jan zwei Leute kriegen? Ich glaube nicht. Ich bin schon weggerannt, Alter. Die können sich alleine kriegen. Ich hör mir den. Darky, Darky. Darky! Den hab ich dir extra vorbereitet. Der war aufgewärmt. Bitte schön. Glaubst du nicht? Guck jetzt. Schau einfach den Kill jetzt an. Larry. Ja. Du bist doch krass, Alter. Ich hoffe, er geht einfach down. Larry, ich leg ganz hinten safe. Oh, jetzt hat er im Spurk oder was? Nur so ein Fragezeichen reingestellt, weil die Klingt auch schlecht sind. Ich bin hier ein Fragezeichen und da geh ich dann schon mal aus. Let's kill! Professionelle Welle kann man auch. Ey! Larry kriegt nicht mal nicht viel, was für's euch da machen. Alter! Ich bin immerいただz, was für's euch da nich hin. So, das ist ja so, wir kann anschauen. Der ist ja so. Noo zul 복 Party. Ich binle Coc alt.